Musik Wo stören wir? Im Gegenteil, man träumt sich immer im Publikum. Bitte nehmen Sie Platz, meine Herren. Danke. Was trinken Sie? Whisky, Joshua. Yes, Mrs. Na, was machen Ihre Kameraden? Oh, die sind sehr glücklich. Neidisch? Unmöglich. Na, wir übrig gebliebenen Junggesellen, wir werden uns auch schon ganz gut ame sehen. Wenn meine Hände aussehen. Aber wenn man jeden Morgen Wasser schleppen muss, ich habe ja eine Gummibadwand mit den schweren, eimenden, weiten Weg. Bitte, bitte, das nehme ich Ihnen gerne ab, so ein paar Eimer Wasser jeden Morgen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, Mr. Ratschef.